Mein Name ist Dirk Meier. Ich bin seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 1999 bin ich Fachanwalt für Strafrecht. Als Fachanwalt für Strafrecht bin ich für Sie, sowohl als Pflichtverteidiger, wie auch als Wahlverteidiger im gesamten Bundesgebiet tätig. Sie rufen mich an, Sie schicken mir eine E-Mail oder Sie vereinbaren einen Besuchstermin und kommen mit Ihrem Anliegen zu mir. Ich werde Ihnen erst einmal anraten, Sie geben keinerlei Einlassung, also Erklärungen gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft an. Denn der erste Schritt ist, ich nehme Akteneinsicht. Erst dann entscheiden wir das weitere Vorgehen. Von dem Zeitpunkt an fange ich an, für Sie zu arbeiten. Es muss mir als Ihrem Partner an Ihrer Seite gelingen, die Kammer, das heißt das Gericht, kurzfristig einzuschätzen. Wie gehen wir mit der Kammer, mit der Staatsanwaltschaft am besten um? Und da bin ich für Sie der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Da ins año Noch Da Da Vielen Dank.